Hallo und herzlich willkommen beim Mursat 1666, Essen und Trinken in unserer Eisbar heute. Wir haben speziell Zanoni-Eis vom Lugac und heute fangen wir an mit Karibien trinken. Wir brauchen Kokoseis, Banane und Mango. Mango-Soße, müssen ein bisschen karibisch werden, dann haben wir Kiwi vorbereitet, ein paar Stücke Ananas, Melonen, dann brauchen wir Banane natürlich dazu, Schlagobas, ein paar Hohlhippen, Schokostange, zur Garnierung ein bisschen Minze und dann haben wir eine leckere Fischalis und unser Eisbecher wäre somit fertig. Wenn ihr Lust habt auf ein Karibien Trinken, würde es mich freuen, euch begrüßen zu dürfen beim Mursat 1666 mit unserem Zanoni-Eis. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020